Mein Name ist Sascha Rosanke. Ich arbeite für das Medienteam der SV Halle Lines. Wir spielen in der ersten Basketball-Bundesliga der Damen. Bei uns kann man Basketball spielen, man kann den Amateuren zugucken, man kann erstklassigen Bundesliga-Basketball sehen. In den Trainingseinheiten werden verschiedene Techniken beigebracht, wie man richtig wirft, wie man richtig sich bewegt, richtige Erwärmung. In der Stadt Halle und Umgebung sind die SV Halle Lines das Aushängeschild für professionelle Damenbasketball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017